Na, jetzt auch. Ich habe mein Fenster offen, es ist wirklich sau warm. Ich habe jetzt hier Durchzug in der ganzen Bude. Und das, was hier durchweht, ist meine, ja, meine, meine Deutschlandflagge. Uh, Deutschland, äh, lülül, schland, schland. Nein, äh, auch wenn ich sehr kurze Haare habe und man schon denken könnte, ich habe fast Glatze und eine Deutschlandflagge im Fenster hängt. Das sind schon hieb und feste, äh, stich und feste Hiebeweise, ja. Dass ich Nazi wäre und man mich jetzt hassen muss, ich bin keiner. Ich weiß gar nicht, wieso die da, doch, ich weiß, warum die da hängt. Ich hatte die mit zur WM geholt und dann war die vorbei und ich wusste nicht, wohin damit. Und dann wurde ich gerade hier neu eingezogen und ich hatte noch keine Gardine, äh, keine Jalousine, die fürs Fenster passt. Und damit man abends nicht reingucken kann, habe ich die Deutschlandfahne einfach als Gardine dahin geklebt mit Gaffer-Tape. Und ich finde es lustig, jetzt hängt die da immer noch. Ich denke mir, wenn die Amis ihre Flaggen in den Garten hängen können, dann kann ich meine Deutschlandflagge auch aus dem Fenster wedeln lassen, bis es wieder WM wird. Dann trage ich sie wieder als Rock. So viel zum Thema Deutschland und seine Flaggen. Ähm, wo sind wir denn hier? Ich habe den Typen hier letztens beklaut, aufs fieseste, indem ich ihm einfach seinen Presseausweis nicht wiedergeben wollte. Leif Oggersund, freier Reporter. Freier Reporter. Wir haben immer noch das Megafon. Wir haben ein Foto. Das würde ich nochmal einfach auf den Presseausweis kleben wollen. Aber bevor wir das tun, würde ich sagen, wir quatschen nochmal mit Oggi. Haben wir mit dem schon gequatscht? Hallo Oggi. Hi, Frau aus der Zukunft. Hi, ich bin die Frau aus der Zukunft. Hui. So, was haben wir hier? Was hältst du eigentlich von der Konferenz? Was hältst du eigentlich von der Konferenz? Nicht viel. Ich meine, bevor ihr hier aufgetaucht seid, dachte ich, das wird todlangweilig. Weil ich schon klar war, wie sich die Konferenz entscheiden würde. Aber jetzt mit euch verspricht das hier nochmal richtig spannend zu werden. Ich finde das alles ein bisschen paradox. Wir kommen aus der Zukunft, in der wir wissen, dass sich die Konferenz nicht für uns entschieden hat. Also kann das ja gar nichts werden. Es ist unverhinderbar, dass dieses Kraftwerk explodiert. So viel zum Thema Deutschlandfaden. So, warum willst du überhaupt, dass man dich Oggi nennt und nicht Leif? Leif? Leif ist aber auch ein doofer Name, muss ich mal sagen. Oggi ist auch nicht besser. Warum willst du überhaupt, dass man dich Oggi nennt und nicht Leif? Naja, auf Oggi reimt sich weniger als auf Leif. Ich hatte keine schöne Kindheit, das kann ich dir sagen. Tja, Leif. Da reimt sich. Reif. Schleif dich reif. Äh, nee. Wie auch immer. Ja, dann, mach's gut. Tut mir leid, ich hab nichts Neues für dich. Aber falls sich das ändert, bist du der Erste, der es erfährt. Cool. Genau. Es ist super toll, einen von der Presse als Freund zu haben und den gleich als erstes zu informieren, sobald irgendwo irgendwas passiert. Hier haben wir, glaube ich, schon alles angeguckt. Kamera? Achso, wir haben ja schon ein Bild von uns. Nämlich das hier. So, das lege ich jetzt hier einfach drauf. Das Foto hat die richtige Größe, aber es klebt nicht. Es klebt nicht. Also brauchen wir ein bisschen Kleber, also nehmen wir einfach jetzt Zucker. Nein. Nicht? Dann nehmen wir Gewürzmischung. Nein. Damit sollten wir die Menschen endlich mal zuhören. Hast du keine Megafone da, wo du herkommst? Kleber, 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 kleberig, kleberig. Ja, übersehe ich was? Ich drücke jetzt mal hin und wieder die Schummeltaste, einfach nur um zu sehen, ob ich was übersehe. Ich nenne das Ding einfach mal Schummeltaste. Ich könnte es natürlich auch mit dem Cursor das ganze Bild abscannen. So, Fium, didididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Das klingt zwar lustig, aber irgendwann wird auch das nervig. Wollen wir vielleicht die Demonstrantin fragen, ob die was Klebriges hat? Können wir nicht Spucke nehmen? Besser nicht. Können wir nicht den Ausweis mit dem Ausweis kombinieren? Das klebt nicht. Die Gewürzmischung klebt die? Besser nicht. Was machen wir denn mit der Gewürzmischung? Ich glaube, wir brauchen das einfach mal alles für später. Und sollten uns jetzt gar nicht mit dem Inventar beschäftigen. So, pipapo. Die Schubladen habe ich, glaube ich, alle schon durchgeschaut. Ja, habe ich definitiv alle schon durchgeschaut. Da haben wir die Schere gefunden. Und in der Zeitkapsel haben wir nichts Nützliches. War es hier letztens auch schon so laut. Immer noch. Die Leute hier, okay. Hast du was Klebriges? Kannst dein Megafon wieder haben? Ich suche einen Weg, auf die Konferenz zu kommen. Wenn du nicht eingeladen bist oder zur Presse gehörst, kommst du da nicht rein. Aber ich muss der Konferenz etwas Wichtiges sagen. Wenn sie die Kraftwerklizenzen verlängert, wird etwas Schlimmes passieren. Das interessiert die doch nicht. Diesen Typen von der Konferenz geht es nur ums Geld. Und dann schieben sie noch diesen Experten, Dr. Braun, vor, von dessen Bericht alles abhängen soll. Den haben sie doch aufgekauft. Und warum steht die denn noch hier, wenn eh schon alles vorher entschieden ist? Wir wollen den Leuten darin einfach zeigen, wie viele Menschen gegen Atomkraftwerke sind. Vielleicht überlegen sie es sicher dann doch nochmal. Hm. Aber wer bitteschön lässt denn zu, dass 30 Atomkraftwerke in den Regenwald gebaut werden? Das ist doch eine ziemlich blöde Idee. Ich muss leider weiter. Dann bis bald. Die Erde sei mit dir. Ja, jederzeit. Solange ich auf ihr laufe. Können wir ihr vielleicht ihr Megafon wiedergeben? Ich brauche es ja jetzt nicht mehr. Ich gebe es später zurück. Vielleicht kann ich es noch gebrauchen. Okay. Können wir den hier anbrüllen? Nee. Okay, dann nicht. Können wir mit dem reden? Hallo. Er kniebt. Der macht auch Let's Play. Seht ihr, der hat hier auch so die Mini-Version von meinem. Hörst du Musik, um Ruhe vor den Demonstranten zu haben? Schön. Hörst du Musik, um Ruhe vor den Demonstranten zu haben? Nein, das hilft mir, mich zu entspannen. Hat mir mein Arzt verordnet, weil ich früher schnell gereizt war. Und in meinem Job ist es wichtig, ruhig zu bleiben. Dann hast du nichts gegen die Demonstranten. Im Gegenteil. Ich kann sie ja verstehen. Zu Hause trenne ich auch meinen Mühe. Außerdem ist das hier doch eine friedliche Kundgebung. Letzte Woche hatte ich Dienst bei so einer linken Demo. Was die einem da so alles an den Kopf werfen. Da kommt mir jetzt noch die Galle hoch. Nur weil man keine Haare mehr hat, wird man gleich als Skinhead beschimpft. Aber das stimmt doch auch. Du hast eine Glatze. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Machen sie bloß, dass sie wegkommen. Wenn ich etwas nicht leiden kann, dann Leute, die sich über meine Frisur lustig machen. Ich fühle mit dir, Bruder. Ist gut, ich hab schon verstanden. Das ist echt schlimm. Wenn es ein halbes Jahr lang geht. Ey, Baume. Du kriegst aber schon langsam eine Glatze, oder? Ja, tue ich. Naja. Ich habe hier einen Presserausweis von einem Freund. Darf ich jetzt rein? Ich verstehe das Prinzip nicht. Nein, sie müssen schon einen eigenen Ausweis haben. Mit einem Foto, auf dem man ihr Gesicht erkennt. Sonst darf ich sie nicht reinlassen. Tut mir leid. Der ist eigentlich ganz nett. Ich finde den cool. Hat er jetzt seine Musik wieder eingeschaltet? Ey. Und wie verträumt er in den Himmel schaut. Warum reagierst du so gereizt, wenn man dich auf deine... Warum reagierst du so gereizt, wenn man dich anspricht auf deine... Auf meine was? Äh, deine Ohren? Meine Ohren? Wie? Weil sie so auffallen wegen der fehlenden Haare, nicht? Nein, so hab ich das nicht... Ja, ja, das sagen sie alle. Aber ich sehe trotzdem, wie sie mir auf meine Glatze starren. Meine Glatze? Ich bin so hässlich. Der arme Typ. Oh komm. Warum reagierst du so gereizt, wenn man dich anspricht auf deine... Auf meine was? Auf meine was? Meine Ohren? Meine Ohren? Wie? Meine Ohren? Was? Ich find den super. Ach komm. Mach's gut, bis später. Können wir dir irgendwas geben? Wie sie wollen. Ich werde hier so schnell nicht weggehen. Meine was? Haare? Cool. Können wir dir ein bisschen Gewürze geben vielleicht? Nee. Nee. Ach komm, das war so ein Süßer. Wir geben ihr ein Stückchen Zucker. Nee, nee, nee. Okay. Sonst nicht verschätzt. Guck mal hier, ich hab ein Foto. Nee, nee. Nee, nee, nee. Ich vermisse Bens Kommentare. Sowas wie... Klatteradatsch. Mumpitz. Hm. Können wir ihn mit einem Messer bedrohen? Nee, das ist richtig. Komm, wir geben ihm eine Schere, damit er sich die Haare schneiden kann. Weil ich dachte, er würde so aggressiv, dass er wegrennt. Oh, was steht denn hier? Hab ich das schon untersucht? Nee, G Oslo. Hoffentlich sind das nicht die gleichen, die überall diese qualmenden Schlote aufgebaut haben. Wo finden... Wo kriegen wir denn jetzt hier was klebriges? Was ist ein... 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 Ein Schott? Die Schotten! Hinter dem Schott ist ein Lüftungsschacht. Wenn sie nicht dicht, könnte ich durch den Schacht ins Gebäude kommen. Äh, die Schotten sind dicht. Von außen lässt sich das leider nicht öffnen. Ach komm, du hast einen Schraubenzieher. Immer noch. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Nee, ich will nicht. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Können wir vielleicht mit der Sonde irgendwie... Äh, was ist die... Haben wir die Sonde eigentlich wieder? Die Verbindung zur Antenne ist hergestellt. Welche Antenne? Oh, Menno. Äh. Herzlich willkommen im Tal der Ratlosigkeit. Wo kriege ich denn jetzt was klebriges her? Jetzt, wo, wo, wo wir den aus dem Klo gelockt haben? Können wir da nicht irgendwie aufs Klo gehen? Türöffner, Zeitkapsel. Benutzen. Wir haben leider kein... Ihr setzt sich rein und untersucht das Ding. Ihr müsst da doch irgendwas drin haben. Irgendwas muss doch in dieser Zeitkapsel sein. Die Monitore sind sicherlich auch nicht klebrig. Hm. Schummeln. Was ist denn das? Eine Dose. Sacharide muss man kühl lagern, sonst oxidieren sie. Und es ist eine halben Arbeit, sie dann wieder vom Boden zu kratzen. Zucker oxidiert? Ich brauche keine weiteren Einheiten mehr. Wieso oxidiert Zucker? Das ist doch kein... Das ist doch kein... Kein Metall, oder? Sacharide oxidieren. Dann musst du vom Boden kratzen. Gummihuhn, Schiff, Blümchen. Sieht nicht so aus, als ob sie vor kurzem gegossen worden wäre. Kannst du mal aufmachen? Die Tür hat ja Augen. Gruselig. Können wir da jetzt nicht rein? Die Sache mal, ey... Sag mal, komm mal raus hier, Typ. Hallo! Hallo! Hallo, Oggi. Hi, Frau aus der Zukunft. Hast du, hast du, hast du... Tut mir leid, ich hab nichts Neues für dich. Aber falls sich das ändert, bist du der Erste, der es erfährt. Cool. Mach ja nicht die Tür wieder zu. Ich will mich da umschauen. Ach, hier gibt's nichts. Ah, Mann, oh! Das bringt nichts. Hier, mach das klebrig. Nein, den behalte ich lieber. Darfst du auch die Tür dabei zumachen. Mann, ey. Finden wir vielleicht in der Koje irgendwo was klebriges? Sieht gemütlich aus. Hätte ja sein können. Eigentlich könnte ich wirklich mal wieder Schlaf vertragen. Können wir selbst was klebriges machen? Hm, ich krieg nur blödsinnige Ideen. Was mach ich mit dem Zucker? Zum Beispiel. Wem könnt ich denn den geben? Oder, oder womit kombinieren? Gewürzmischung? Hm? Videotape? Können wir das vielleicht aufschrauben? Können wir das hier aufschrauben? Nee. Können wir die Schere vielleicht aufschrauben? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nickelodeon, können wir das hier... Nee. Puh, das fängt ja super an. Ich glaube, ich frage nochmal den Glatzenmann. Vielleicht können wir den irgendwie dazu bringen, dass er so wütend wird, dass seine Platte anfängt zu schwitzen. Und dann wischen wir da mit dem Foto schnell drüber und dann kleben wir das wieder auf den Ausweis rauf. Ich weiß es nicht. Können wir uns noch Kaffee holen? Können wir das mit Kaffee klebrig machen? Können wir den Zucker hier in die Kanne so? Kaffee-Maschine. Mhm. Oh, lecker Gewürze in den Kaffee. Ja, Moment. Ich muss schnell noch einen Schluck nehmen, bevor mir der Appetit vergeht. Äh, das Geschirr... Einmal benutzt und schon weggeworfen. Schrecklich. Ich verstehe es, ne? Was fehlt denn mir? Es fehlt doch definitiv noch was. Hier haben wir ja schon alles rausge... Gugelt. Kenn ich alles nicht. Probier es doch mal aus. Bei so etwas bin ich lieber vorsichtig. Wo kriegen wir denn Kleber her? Hier müsste doch eigentlich, wenn das ja so eine Art Schnittplatz ist, kann man doch... Ne, ist ja kein Schnittpult, oder? Komm, wir reden einfach nochmal mit Salvatore. Scheißegal, ob ich den leiden kann oder nicht. Darf ich dich kurz stören? Was ist denn? Äh... Was sollen wir jetzt machen? Ja, bitte. Wir? Du hast uns doch hierher gebracht. Also, sieh zu, dass du auf die Konferenz kommst. Was sollen wir jetzt... Du hast also auch nichts Nützliches für uns. Ich gebe zu dir. Okay. Dann, äh... Beschäftige dich mal weiter mit deinen Monitoren. Funkanlage... Durchsuchen? Ne? Leer. Klebeband irgendwo? Leer. Wieso ist denn da nichts drin? Wer stellt denn sich so einen Schrank hin und füllt den dann nicht auf? Leer. Verstehe ich nicht. Wie kann sowas... Da liegen bestimmt nur Süßigkeiten und so ein Mist drin. Du, 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 du. Ich guck nochmal zu dem Lüftungsschacht. Vielleicht kann man da irgendwas... Kann man da hier irgendwie die Gewürzmischung reinpudern? Verstehe ich nicht. Nicht? Probier's einfach mal aus hier im... Ich weiß nicht. Dann ist das warm, der Zucker schmilzt, wir können Karamellis... Was ist denn da unten los? Irgendwer bellt da gerade. Ich hoffe, es ist ein Hund. Können wir ihm das Tape geben? Hallo? Nee. Oh Mann! Können wir... Können wir dem Pressetypen das Tape geben? Habe ich das schon probiert? Habe ich das schon probiert? Ich glaube nicht. Ah. Das könnte sein. Oh ja, doch. Doch. Ich glaube, das hilft. Das ist gut. Das sind nämlich Beweismittel und der muss sowas ja wissen. Außerdem wecke ich ihn gerne von sein... Ach nee, nee. Guck, er steht immer noch da. Ähm... Hier, nimm mal. Das bringt nichts. Oh, wieso nicht? Willst du mit meinem Zeitfunkgerät spielen? Das bringt nichts. Hm. Können wir ihn mit einem Messer bedrohen? Das bringt nichts. Warum will ich immer alle mit einem Messer bedrohen? Weil ich eins hab. Wir können sie auch mit einer Schere bedrohen. Das bringt nichts. Aber das bringt ja auch nichts. Willst du ein Stück Zucker? Das bringt... Ah, ein bisschen Pfeffer. Das bringt... Megafon. Das bringt nichts. Ah. Was ist das für ein Schiff? Ist da was Klebriges drin? So etwas Seltsames hab ich noch nie gesehen. Ich klicke hier auf den Arsch und da steht Nehmen. Ich lasse es besser so stehen. Nicht, dass ich in einer Sekunde zerstöre, wofür ein anderer Jahre gebraucht hat. Ach, ich glaube, so lange braucht das gar nicht. Blümchen können wir nicht nehmen. Können wir das Gummihuhn klauen. Nein, können wir auch nur ansehen. Schlauch gestehe, ist extrem nervig. So, okay. Wir kommen auch nicht bei den Demonstranten durch. Die haben ja alles dicht gemacht. Hier ist auch gar nichts. Welcher geniale Funke fehlt meinem Schäde, dass wir hier weitergetragen werden? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die 20 Minuten sind fast rum. Ich fühl mich so unter Zeit gedrückt. Sitzecke. Lieber nicht. Aber ändert doch mal... Sobald ich zur Ruhe komme, fange ich nur an zu grübeln. Genau, ich grübel ja auch schon. Dann machst du mit und dann grübeln wir beide. Und man muss auch manchmal so seinen Standpunkt ändern. Und da hilft auch hinsetzen. Dann sieht man die Welt aus einem anderen Winkel. Und kriegt neue Ideen. Und alles ist viel toll und besser. Und überall kommen Schlümpfe her. Und bunte Blümchen und Bienchen. Und dann... Was? 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 Bunte Blümchen? Bienchen? Okay, okay. Dann reicht einfach nur Hinsetzen nicht aus. Da muss man schon gewisse Vorkehrungen getroffen haben, bevor man sich hinsetzt. Damit alles bunt und wunderschön wird. Nehmt keine Drogen, Kinder. So. Hm. Ich verstehe es, ne? Können wir selber doch vielleicht doch erstechen. Irgendwas, was klebt. Ich verstehe es nicht. Das Foto hat die richtige Größe. Aber es klebt nicht. Es klebt nicht. Genau. Das Foto klebt nicht, weil wir keinen Kleber haben. Deshalb müssen wir jetzt das Megafon aufschrauben. Ne, ne, ne. Und da was Klebriges drin finden. Das geht auch nicht. Nee, nee, nee. Das hier aufschrauben. Ist da was Klebriges drin? Keine Ahnung. Batteriesäure oder so. Ich weiß nicht, ob das klebt. Im Helikopter ist nichts. Hier draußen ist nichts. Hier drüben ist ein mysteriöses Shot, das wir nicht öffnen können. Von außen lässt sich das leider nicht öffnen. Ja, aber von innen, oder wie? Hier kommen wir nicht rein? Ich. Gut, dann zeigen Sie mir. Ich habe hier einen Presseausweis. Nein, mit einem Foto, auf dem man ihr kürzt, darf ich Sie nicht rein. Können wir denn keinen fragen? Kann uns dann keiner nicht mehr irgendwie helfen oder so? Mann, ey. Hier, guck mal. Videotape habe ich dir schon mal gegeben, ne? Scheiße. Foto damit kombinieren. Presseausweis damit kombinieren. Weiß nicht. Irgendwo was Klebriges vielleicht. Warte mal. Das Schild können wir vielleicht mit einem Messer abhebeln. Verstehe ich nicht. Ja, pass doch mal auf, das Schild ist doch da rangeklebt. Und wenn wir das da runterkriegen, dann kommen wir da an den Kleber ran. Und, äh, ein Schraubenzieher vielleicht runterhebeln. Ach, pfschu. 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 Hier, guck mal. Das bringt nichts. Da, im Foto. Das bringt nichts. Hol mir Kleber, Vibe. Ich brauche Kleber. Willst du Zucker? Das bringt nichts. Was machen wir eigentlich mit dem Zucker? Wieso steckt die sich sowas ein, wenn sie nicht naschen will? Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. In der Bench. In der Pils. Hm. Türsteher. Mit dir werden wir auch keine neue Gesprächsoption haben. Warte mal halt. Vielleicht filmen wir ja was raus, wenn wir ihn einfach nur angucken. Seinen Beruf hat er sicherlich seinem Aussehen zu verdanken. Wieso? Er ist von Beruf her stylisch. Hm? Nein. Messer plus Türsteher ist gleich Krankenhaus. Nein. Fuck. Hat die hier immer noch den Kaffee? Gib mir den Kaffee wieder. Ich will den klebrigen Bodensatz. Ich brauche irgendwas, was klebt. Was klebt, was klebt, was klebt, was klebt. Können wir irgendwas nochmal rumschmibbeln vielleicht? Nein, nein. Keiner. Ich habe schon im Inventar alles mit allem kombiniert. Glaube ich. Es ist, 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 es ist gleich vorbei. Fuck. Okay, pass auf. Wir machen das einfach so. Ich werde jetzt nochmal offscreen gucken, bis ich was finde und dann drücke ich sofort den Aufnahmeknopf und dann geht's weiter. Das war ja mal ein totaler Schuss in den Ofen heute. Scheiße. Hm. Na gut, okay, drück mir den Daumen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffentlich. Und wenn nicht, dann schönes Leben noch. Aber schaut doch mal noch später nochmal vorbei. Ich wollte heute noch irgendwas ansprechen, aber ich habe es vergessen. Tja, okay. Äh, ja, was soll's. Okay, auf jeden Fall bis zum... Nee, ich bin voll am Grübeln. Das macht mich fertig hier. Ich probiere es jetzt offscreen nochmal weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es so sein soll. Und bis dahin sage ich, auf Wiederschauen und Reingehauen. Tschau, tschau.